Hier ist Feind! Tektuine! In Deckung! Scharfschütze! Wo ist hier Scharfschütze? Bist du Scharfschütze? Nahkampfangriff, okay. Okay, Drohne. Setze Drohne ein! Karloid. Setze Blob ein! Ablenkungsmanöver. Los, Ablenkungsmanöver! Ablenkungsbrust! Aufhalten! Ich versuch's! Sie rücken vor! Was sollen wir tun? Möchte ich erst mal entspannen. Bereit machen, Gentleman. Das wird kein leichter Kampf. Nö, aber... Bombardieren, los! Artillerieschlag unterwegs! Stören! Diese Dinger sind gepanzert! Wir haben uns mit vor! Anheben kann ich nur... Allee, hopp! Los, draufhalten! Ich lege an! Bauen Sie Deckung auf! Schild ist hoch! Aufgepasst! Drohne! Drohne, sie heilt sie! Ich will immer da unten draufklicken. Warum eigentlich? Ablenkungsmanöver dort! Das wird sie ablenken! Stören Sie es! Ihre Störungsmanöver warst! Das ist der Letzte! Sie haben's geschafft, Kater. Wenn einem das keine Hoffnung macht! Ich bin Ihr CO, Barnes, nicht Ihr Seelenklempner. Machen Sie sich bereit, uns hier wegzubringen. Kater, Sie haben den gesamten Sektor gerettet. Der Sektor ist erst sicher, wenn wir diesen Laden dicht machen. Okay, wie gesagt, ein... Und auszuprobieren! Und auszuprobieren! Wir sehen uns bei der Landezone bei uns. Verschannen, Agent Carter. So, das war schon. Operation Langschwert. Agent Carter und Zentimer haben eine gegnerische SIGLAQUIDEN-Fabrik ausgeschaltet. Ihre Tapferkeit hat zahllose Menschen das Leben gerettet. Okay. Ich dachte, der andere hätte noch was gemacht. Aber okay. Rück zum Schutzpunkt. Ich bringe die Abklingzeit aller Fähigkeiten. Und... Ich hab drei Fünfer. Schießen. Und noch ein paar... Missionsauswahl. Hab ich noch einen Laufer? In der Fall? Nee. Noch hier eine kleine Operation. Ja, Club Zugriff auf neue Ausrüstung. Okay. Du hast was Neues. Gesundheitsmaximum. Ja. Ausrüstung ist egal. Tallerisch schlagt. Das ist gut. Hab ich auch wirklich ausgewählt, ja? Und Aris. Geschütz verbindet mit Schild. Brennt ein... Ja gut. Nein. Okay. Eigentlich hätte ich jetzt gerne noch eine Mission, wo ich Leute hinschicken kann. Aber ist nicht. Nachrichten von der Front. Lala. Gut. Machen wir das hier nochmal kurz. Was haben wir, dass jetzt gerade ist? Ich hab zu schnell geklickt. Irgendwie war bis jetzt nur die erste Mission des heutigen Tages. Komisch. Also die ich jetzt in der Aufnahmesitzung gemacht habe. Stand im Aufklärungsbericht was über ein Feuer, Kater? Ja, aber Falk sagte, dass es sich außerhalb unseres Einsatzgebiets befindet. Sie sind so leichtgläubig, Kater. Das hat damit nichts zu tun. Feuer hin oder her. Wir müssen den Mosaic-Funkturm finden und verseuchen. Ja. Schön, dass hier schon gar nicht so viel rumliegt. Und Aufzeichnung. Wir sollten lieber dafür sorgen, dass die Marsmenschen hier nicht rauskommen, statt selber abzuhauen. Ich hab keine Lust auf selbst, Maud J. Wenn ihr die Monster abfackeln wollt, bin ich dabei. Gibt aber keinen Grund, selbst dabei drauf zu gehen. Die haben uns von der Außenwelt abgeschnitten. Die Telefonleitungen sind tot. Wir haben doch Artis Funkanlage, oder nicht? Ja, aber du weißt, was mit Arti passiert ist. Und keiner von den Jungs hat mehr Ahnung, wie man das Ding bedient. Die nicht, aber ich. Anscheinend haben die Sägebergarbeiter ein wenig auf eigene Forst geforscht. Und zwar mit rostigen Sägen. Also mir gefallen deren Methoden besser als die von XCOM. Ja, schöner Spruch dafür. Wir haben einfach einen Sektoid getötet. Okay, ich hab volle Munition, warum nicht hier so viel Kram rum? Was ist überhaupt eine Mosaik-Spitze? Stellen Sie sich Mosaik wie eine Kneipe vor und der Funkturm ist der Barkeeper. Und alle Keime saugen über Meilen hinweg alles auf, was der Funkturm Ihnen serviert. Gut, ja, verstehe. Und wir vergiften jetzt den Schnapsbrunnen sozusagen. Genau. Könnte das ein Unfall gewesen sein? Das war kein Unfall. Die Menschen hier haben sich gewehrt. Ja, wahrscheinlich. Man könnte es aber als Unfall aufzeichnen. Okay, Holzfällerei. Speichern, das heißt hier ist Missionsgebiet. Meine Fresse, wir haben hier ganze Arbeit geleistet. Da, graue. Ich würde dich ja gerne mit einer Garnate überraschen. Komme ich so weit? Ja. Bei Täuben. Setz deinen Köder ein. Schicke einen Köder. Blob eingesetzt. Störe. Drohne im Einsatz. Kontakt! Sie halten Ihre Störe. Ist okay. Fackelt das Areal ab. Artillerieschlag unterwegs. Vorsicht! Mutern! Los, draufhalten! Auf und davon! Legen an! Musst nachlachen! Musst nachlachen! Okay, los! Oh, was ist das? Oh, was ist das? War gut! Und ich bin wieder befördert worden. Ich gehe raus. Das ist der letzte. Bist du da warm? Scheinbar warm. Kernversäuchen. Munition sammeln. Okay, ich muss da rein, ich habe ja Ausrüstungspunkte. Drohne mit Heilstrahl, das ist gut, darauf warte ich schon lange. Okay, sonst hat er keine noch, ne? Eine Heilungsdrohne, darauf warte ich schon echt lange. Waffen checken, Leute. Ich weiß nicht genau, was passiert, wenn wir ihnen in ihre Quelle pissen, aber es wird ihnen bestimmt nicht gefallen. Gut gesagt. Dann Piesel wieder mal rein. Muss auch noch halten. Funktioniert? Irgendwas passiert. Strahlen wenigstens die Farbe? Toll. Wenn wir das sehen, sehen die das auch. Machen sie sich kampfbereit. Das Energiefeld bricht jeden Moment zusammen, Jungs. Bereit machen. Entdeckung. Verstanden. Setze mich in Bewegung. Verstanden. Setze mich in Bewegung. Verstanden. Ablenkungsmanöver starten. Setze Drohne ein. Hörfe Blob. Ablenkungsmanöver starten. In Ordnung. Befehl widerrufen. Was? Setze Drohne ein. Feinde angegriffen. Blob. Raus. Okay, die kommt rein. Ich bin verwundet. Brauche Hilfe. Vorsicht, Motor. Durchhalten. Wird angehoben. Los, draufhalten. Schieße auf Ihr Ziel. Auf dieses Ziel konzentrieren. Der gehört mir. Wir haben ihn fast. Das hilft. Kein Antone. Aufpassen. Schilde sind unten. Draufhalten. Die machen einen Vorstoß. Die Scheißdinger sind gepanzert. Sie haben unseren Blob. Los, Ablenkungsmanöver. Das wird sie ablenken. Stören Sie es. Sie wird gestört. Schild wird aufgebaut. Schild wird aufgebaut. Die sind mit Handgrasch. 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 Einsererer. Die sind mit Handgrasch. Das ist alles gut. Alternativ-Route zur Rinderzone finden. Durch die Tür da. Wie praktisch. Gut, gehen wir halt hier außen rum. Ja, zeig der mir auch an. Oh, ein Nachschub-Gästchen. Nichts Neues hier, würde ich sagen. Leise und seid vorsichtig damit. Ihr schichtet hier kein Holz auf. Jetzt ist es aber gut, Jay. Sie sind hier nicht der Vorarbeiter. Wir haben schon an die 15 Fässer den Schluss runterfahren lassen, ohne dass sie uns anbrüllen mussten. Wir haben uns entdeckt! Rein damit! Diese Mars-Menschen kommen auch nicht lebend aus diesen Wäldern raus! Und hoch damit! Okay. Da haben die hier eine Bombe hochgelegt. So wie es aussieht. Schätze mal, jetzt wissen wir, wie das Feuer ausgebrochen ist. Ja, das dürfte der Grund sein. Muss aber nicht. Kampffeld. Vorsicht, Freunde! Herr Thome! Dort in Stellung gehen! Bin dabei! Marschiere los! In Position! Gut. Ablenkungsmanöver! Hier hin! Schickt einen Köder! Daran haben sie zu knabbern! Hier Kaloid! Hier hin! Hier hin! Blub ist raus! Mietischer Treffer! Auf! Ist ja alles Elite-Phantom, oder? Schafft ihn an den Kragen! Mit Drohne liefert Unterstützung! Und wir stören! Stört ihn! Stören! Sie sind ein sehr angegriffen! Die Schilde geben nach! Unser Ableckungsmanöver ist missglückt! Schalten Sie ihn aus! Greife Ihr Ziel an! Eliminieren Sie ihn! Ziel wird erpasst! Er ist auf Boden! Ich sehe Sie! Bereit machen! Lass es! Wir haben die Drohne verloren! Vorsicht! Besorgt eine Artillerie! Artillerieschlag unterwegs! Kommander! Sie sind verwundet! Ich bin verletzt! Ich brauche hier Hilfe! Stören Sie es! Ziel wird gestört! Landen den Feind! Wir haben was gut bei mir! Ablenkungsmanöver starten! Halte den Druck aufrecht! Ich kann ihn ja mal hochheben! Auf und davon! Angriff! Verstanden! Erfasse Ziel! Eliminieren Sie ihn! Erfasse Ziel! Klinge sind unten! Seid aufhalten! Ja! Ist... Hallo? Das ist Ihr Ziel! Verstanden! Auf dieses Ziel konzentrieren! Auf Ihr Ziel! Nachladen! Ändere die Position! Ja! Ja! Wir haben ihn gefangen! Los! Aufheizen! Sie verteidigen dieses Gebiet! Okay... Ich kann den Silkeloid loswerfen. Hörfe Blob! Stören! Angriff! Bestätigt! Führerstörungsmanöver aus! Eliminieren Sie ihn! Bestätigt! Steht jetzt hier unten! Beide haben Schäde! Bewegung! Granate! Er produziert mehr von Ihnen! Ich hab Spaß! Geben nach! Heilung aktiviert! Starte Drohne! Wird angehoben! Geben Sie ihm den Rest! Ablenkungsmanöver! Dort! Ich lege an! Das wird die Ablenke hier rein! Wir haben eine Kommande! Das ist der letzte! Das ist der letzte! Göttling Plasma-Kanone! Entferne Waffe mit extrem hoher Vollgeschwindigkeit nach einem langsamen Anlauf-Phase! Da oben! Durch die Tür!